Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch an diesem Freitagabend zu der fünften Folge. Ja, heute widmen wir uns mal dem Rückfahrpult. Ihr habt es ja in den letzten Tagen im Forum schon gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten gibt es heute natürlich wieder die bewegten Bilder. So, ich habe uns mal eine Traktion gespawnt und ja, damit werden wir jetzt ein, zwei Ründchen fahren. Wir werden dann kurz das Rückfahrpult bedienen und rücken dann wieder ein. Also wir werden uns heute nicht so lange aufhalten, soll ja nur kurz und knackig sein. So, ich würde sagen, bevor wir losfahren, der Kartoffelfantom hat es so gelöst, dass einige Bauteile am KT modular sind. Sprich, die Anzeigen werden später modular sein, der Fahrkartenautomat, na, wo ist er? Also wir befinden uns jetzt noch im ersten Triebwagen. Den ersten Triebwagen habe ich komplett mit allen Modulen ausgerüstet von der BVG. Ja, also wie wir sehen, die Innenanzeigen vorne sowie hinten sind da, der Entwerter vorne ist da, der Fahrscheinautomat ist da, der Entwerter in der Mitte und der Entwerter hinten sind da. Kleiner Nebeneffekt. Ja, also, das funktioniert überall. Von außen haben wir natürlich die Anzeigen und jetzt wechseln wir mal zum zweiten Triebwagen. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. Damit es jetzt nicht so leer aussieht, habe ich bei dem zweiten Triebwagen trotzdem die Anzeigen hinzugefügt. Und so wie den Entwerter und Fahrscheinautomat, wie gesagt, das kann man auch alles leer lassen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel seine eigenen Sachen einbauen will, dann kann man das später natürlich gerne tun. Allerdings habe ich den Entwerter in der Mitte sowie hinten weggelassen, um einfach zu zeigen, dass es möglich ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Oder lange Rede, kein Sinn. Wir werden jetzt einfach mal schildern. Sperberstraße. Kurve. Ja, also man sieht... Upsa. Ansagen funktionieren natürlich auch. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen die Türe zu. Und fahren einfach mal los. So, jetzt einfach nochmal, um die Weiche zu zeigen. Wir stellen einfach mal die Weiche noch gerade aus. Ja. Oder auch nicht. Entweder habe ich zu spät gedrückt oder ich bin doof. Aber wir haben ja doch genug andere Weichen auf der Strecke. Wir schauen'r. Das typische Klicken des Inverters, wenn er sich an jeder Haltestelle neu einstellt, egal ob Uhrzeit oder zumindest bei uns, ist es so gekennzeichnet, dass jede Haltestelle den eigenen Code hat. Kirschbaumallee So, jetzt probieren wir das nochmal. Wir haben natürlich nicht nur das IBIS, um die Weichen zu stellen, sondern wir haben auch diesen netten kleinen Weichen-Joystick, den werden wir jetzt bei der nächsten Weiche ausprobieren. So, jetzt einfach mal das Signal. Ja, funktioniert ebenfalls. Ja, also mit der linken und rechten Roast-Taste kann man sich den Joystick dann so verschieben, wie man das möchte und richtig ist. So, um rückwärts zu fahren. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir öffnen alle Türen, also zentrales Öffnen, oder wir nutzen die Freigabe. Das geht beides. Man kann es sich aussuchen. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, zentrales Öffnen. Richtungswender auf 0, Schlüssel ziehen wir ab, wechseln in den zweiten Triebwagen zum Rückfahrpult, schließen auf. Sobald wir Aufrüsten betätigen, gehen die Türen zu. Ja, und wenn wir dann später Abrüsten wieder verwenden nach dem Abstellen, dann gehen die Türen auch wieder auf, da diese Information gespeichert wurde. Wir müssen die auch irgendwie wieder rauskommen. So. Aktivieren den Blinker. Klingeln einfach und dann geht das ab. Klingeln 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz und knackig, IBIS, Ansagen, Entwerter, Module und Rückfahrpult erklärt Das sind so die neuesten Neuerungen, sage ich mal Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet Bis dahin, macht's gut!